Oh, ich kriege einen Sniper. Sniper, oben, oben drauf, oben drauf. Ultra 1, hier Kommando. ESR bestätigt, dass sich der Kriegsherr Alnaa, Codename Pyromane, in deiner Nähe befindet. Es gibt ein Kopfgeld auf ihn. Hol es dir, wenn du ihn... Oh, Neko, hier, 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 hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ey, hier schießt irgendwas, hier schießt irgendwas, die Bots kaputt. Mhm. Aktiviere Mine! Neko, hier ist der Player, Player Around. Ultra 1, ein Zockmitglied ist so, und ihr werdet getroffen. Scheiße! Ey, der ist von links. Links von euch, links oder vom Boothaus, vom Wasser, vom Wasser links. Vom Boot. Ja, ja, warte, einen hab ich. Aufschluss bestätigt. Zu viel davon, und es resultiert in einem Kopfgeld. Boah, wo bist du? Alter, die witten auf der Straße, oder was? Ja, ich wollte ihn drunter machen, ich dachte, wir wären oben auf dem Haus, Alter. Sani, Soppen! Alles wird gut! Na, die Sani-Wäsche ist schon geil, Alter. Spare schon einen Haufen Zitterzeit. Okay, komm, dann machen wir den Scheiß-Turm jetzt zusammen. Sind alle am Wasser weg? Ich denke, einer liegt hier. Oh, was gibt die Hemlock, Alter, was mach ich denn schon wieder? Liegen die noch, ne, gell? Ne, ne. Ich brauche einen scheiß mittleren Rucksack, dass ich eine Waffe einstecken kann. Tja, Alter, was ist denn das? Ja, lass sie nicht holen. Kassel, Kassel, Kassel. Okay, 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 okay. Gehen wir Kassel. Hier, Tschetski, ich mach Tschetski. Fahrt hier schon mal, fahrt, 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 fahrt. Verdrommel, verdrommel. 0 zu 1, da kommt feindliche Verstärkung. Ich brauche noch ein paar Platten. Ja, hundertprozentig. Noch kam keine Meldung, aber wir haben einen Drohnen-Turm auf jeden Fall im Kassel. Willst du schon mit? Ja, ich komm. Oh, ich fahr weiter, okay, ich fahr weiter. Warum? Ich hab gerade Meldung gekriegt, dass der Trupp sich nähert und wir sind gerade hierher gefahren. Ich glaube, die sind hier direkt am Kassel. Ist egal, Drohnenform wäre wichtig, Alter. Ja, okay, warte, dann zieh ich eine Schleife. 1 zu 1, da sind nicht feindliche Bedrohungen in dem Gebiet. 1 zu 1, da sind sie. Ja, das sind sie. 1 zu 1, da sind sie. 1 zu 1, da sind sie. Ist das geil, wenn der Scheiß-Dick nicht lenkt, Alter. Und jedes Mal in der Karre, wenn es so geht, nach rechts zu fahren. Seilzug, Seilzug. Okay, go, 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 go. Die kommen, die kommen, die kommen. Ey, die sind schon oben. Wie ging das? Einer ist oben am Dach. Ich muss drunter springen. Ich konnte mich gerade so wiederbeleben. Oh, 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 oh. da kommt rein der ersten stock drohnenwächte einer hat drohnenwächte ich glaube einer hockt in dem turm drin eine symptom der schon der innenhof gesprungen also das waren nicht mal die die uns doch haben die abgebrochen ich habe es angekriegt Wer Operator angeheizt, riskiert ein Kopfgeld. Ultra 1, vermehrte Aktivität bei deiner Position. Bleib wachsam. Kommando Ultra 1, Drohne hat Position eingenommen. Alter, hab ich dem Gallen in die Fresse geschossen. Ich hab einfach eine Leitung gewartet. Ultra 1, Achtung, ein Operator im Gebiet braucht medizinische Versorgung. Da schauen wir noch mal an. Nein, nicht mehr. Nein, 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 ich nehm nicht auf. Alles gut. Anders mit dem Fahrzeug geabdampft, der kommt hier gerade wieder.